Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es gehört, alles wunderbar gelaufen. Wir haben tolle Arbeit geleistet im Ausschuss und jetzt auch hier in der Debatte, nur allein im Kern verändert sich gar nichts. Wir haben nach wie vor ein großes Problem, was wir formalrechtlich hier überhaupt gar nicht lösen können. Das haben wir gehört. Wir haben das Problem auch im Ausschuss nicht lösen können, weil die formalrechtlichen Sachverhalte klar sind. Erstens, wir haben die Situation, dass rechtswidrig Ferienwohnungen betrieben werden und wir hier Bundesrecht haben, nachdem das nicht geschehen darf. Zweitens, wir haben die Situation, dass die Leute, die in diesen Gebieten ein Haus gebaut haben oder die dort als Mieter wohnen, im Vertrauen auf das Recht dort ihr Geld investiert haben, um sich etwas zu erfüllen, von denen sie träumten, ein kleines Häuschen Eigentum. Und die Mieter, die dort in diesen Gebieten Mietwohnungen angemietet haben, die haben dort die Wohnung genommen, weil sie eben auch davon ausgegangen sind, dass hier die rechtliche Situation Sicherheit bietet. Und genau das versuchen Sie jetzt hier, Herr Wirtschaftsminister, zu konterkarieren, indem Sie sagen, wir müssen über eine Bundesratsinitiative dafür sorgen, dass das alles nicht mehr gilt. Das heißt also, Sie wollen hier etwas schaffen, im Nachhinein schaffen und damit Leuten, die im guten Glauben investiert haben, dort in diesen Gebieten, eine Situation, Kredenzen möchte ich mal sagen, die Sie vorher überhaupt gar nicht auf der Rechnung haben konnten, weil die Gesetze klar aussagen, dass das nicht geschehen darf. Punkt. Das ist der erste Punkt. Ich habe hier in der Debatte von keiner Seite gehört, dass auch gerade durch das ins Krautschießende Vermieten von Ferienwohnungen und das Errichten von Ferienhäusern, die Wohnsituation der relativ schlecht bezahlten Menschen in diesen konzentrierten, ich möchte mal sagen, touristischen Zentren katastrophal ist. Usedom hatte ich genannt. Ich hatte meinen Bekannten da auch angeführt, der dort ein kleines Hotel führt und der sagt, auch für uns ist, für die Hoteliers ist es immer schwieriger, wenn immer mehr Ferienwohnungen kommen, mit unseren Investitionen überhaupt noch zurecht zu kommen, weil im Schnitt die Hotels mit einer Einkapitalstruktur von unter 15 Prozent doch diese Hotels betreiben müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben das Anheizen der Mietpreise, auch durch diesen illegalen Zustand. Und es ist auch keine Lösung, wie das hier angedeutet wurde, dass hier das Wirtschaftsministerium Handlungsleitfäden herausgibt, weil das das Problem nicht löst. Und es ist auch keine Lösung, wenn man ganz bestimmte Verfahren ruhen lässt, aussetzt oder erst gar nicht beginnt. Weil damit auch für die Leute, die zukünftig Ferienwohnungen errichten wollen, in eine Situation gebracht werden, dass sie vielleicht ihre Investition verlieren, weil am Ende durch ihre Bundesratsinitiative beim Bund sich gar nichts bewegt. Weil ganz einfach, da die Einsicht hoffentlich herrscht, dass wir hier eine Zersiedlung von klaren Richtlinien, formalrechtlichen Richtlinien, hoffentlich nicht durchsetzen können. Das ist natürlich hart für die Leute, die investiert haben in Ferienwohnungen. Aber es kann nicht die Grundlage sein, dass hier für eine relativ überschaubare Gruppe von Investoren auf dem Rücken der kleinen Häuslebauer und der Mieter hier zugunsten einer kommerziellen Anheizung hier ein Nachteil einer Gruppe entsteht, der Mehrheit wahrscheinlich entsteht, die im guten Vertrauen auf geltendes Recht dort privat investiert haben, um ihre Ruhe zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen bei diesem faulen Kompromiss nicht mit, weil das nichts anderes ist, als ein Prolongieren eines Zustandes und damit vorzutäuschen, dass hier eine Lösung kommt mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums und mit Hilfe dieses sogenannten Hohen Hauses. Mitnichten, weil die Kompetenz, die gesetzgeberische Kompetenz überhaupt gar nicht in den Ausschüssen liegt, nicht hier in den Fraktionen liegt und erst recht nicht im Landtag. Insofern, was Sie hier machen, ist mal wieder ein Rumgeeier, Sie täuschen eine formalrechtliche Kompetenz vor und Sie täuschen vor, dass Sie hier etwas konkret verändern könnten, was objektiv nicht vorhanden ist. Und das wissen die Leute, die Ferienwohnungen gebaut haben, ganz genau. Deswegen versuchen die natürlich, fachliche, rechtliche Kompetenz nicht bei Ihnen zu suchen, nicht hier im Landtag zu suchen, sondern bei Juristen und Gerichten, was wir sehr unterstützen. Und ich empfehle auch den Häuslebauern und den Mietern, die mittlerweile schon 8, 9, 10 Euro zahlen müssen, durch diese touristische Situation zum Beispiel auf Usedom und auch in Kühlungsborn, dass die dann auch den gleichen formalrechtlichen Schritt tun, durchklagen, dass wir am Ende wieder eine klare Rechtsposition haben, wonach dann die Häuslebauer wissen, worauf sie sich einlassen, die in Zukunft bauen wollen und die, die in der Vergangenheit gebaut haben, auch ihre Rechtssicherheit bekommen. Warum? Was Sie hier abziehen, ist Sand in die Augen streuen der Menschen. Sie wollen sie bei der Stange halten. Die Linke versucht das. Ich wundere mich, dass die Linke das Mietargument nicht gebracht hat. Die CDU sowieso, die will ja Everybody's Darling sein. Und von den Grünen rede ich jetzt mal nicht, weil die, nehme ich mit der Argumentation, die wir von ihrem Fraktionsvorsitzenden hier eben gehört haben, gar nicht ernst. Wir lehnen das ab, nicht, weil wir kein Verständnis für die Häuslebauer und die Ferienwohnungserrichter haben, sondern weil sie hier einen Betrug an ihren Wählern betreiben wollen. Da machen wir als oppositionelle Nationalisten nicht mit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.